Ey sooo... BAM 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 Doppelcrash Wir kämpfen jetzt gegen uns selber praktisch so Zack! Hey du bist... Aua... Geh mal da hoch ey Aua, ich erinnere mich Das heißt, genau, wir unterscheiden uns nur darin, dass diese Sperre anders fallen Und das müssen wir ausnutzen Alter, komm schon Und cool Ich stell mich nicht zu blöd dann oder so Nein! Wann fällt wieder so ein komischer Stand runter? Dankeschön, wie einfach ey Entferner ist so ein trosseliger Idiot Das war nicht Crash, das war eine Art Doppelcrash Woher sollte ich das wissen? Er hat doch nicht getäuscht Außerdem werden die unser Versteck niemals finden Nicht in einer Million Jahren Aber in einer Million und ein Jahren Gut gemacht Crash, mit ein paar mehr Kristallen können wir das Tor zu Entropies Raum aufmachen Tornadodrehung Oh yeah Können es dick so ein... Spins, 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 spin So ungefähr Stressomanie Rollende Steine Aha... Must das Muss das denn sein? frage ich mich immer und dann denke ich mir so Ja, ne Warte mal, wie bremse ich? Nein, nein, so mit X, okay Ich muss erst mal wieder voll reinkommen Komme ich voll nicht drauf klar Ach, übrigens Folge 1 ist immer noch gar nicht draußen Aber ich nehme trotzdem auf Ich bin so ein Unberechtigbarer Rabauke Ja, ich bin schon echt, ich bin schon echt, also boah Du kannst mir keinem erzählen wie ich hier wieder, sondern was ich für ein Schlingel bin Ne, ich hatte einfach, ich hatte einfach krass Bock aufzunehmen Und scheiß doch drauf, dass ich keine anderen Folgen mehr von, von Weltmillionär zum Beispiel habe Kann der Hund, scheiß der Hund drauf, wirklich Doch egal Hauptsache 2 Millionen Folgen Crash Bandicoot im Voraus aufnehmen Wow Die Gitterstäbe sind durch Nitro durch, aber das ist egal Weil es interessiert sowieso keinen Nitro reagiert nicht auf Metallstäbe Vielleicht ist es auch Kunststoff, weißt du nicht? Ich meine, Kunststoff hätte schon einiges aus, aber ich meine, ob es so stabil ist, weiß ich jetzt auch nicht Boah Ja, hör doch mal auf, bitte Spackolaser Ich meine, echt, wie soll es denn hier bitte schnell durchkommen? Das geht gar nicht Aber gut Kriegen wir dann auch irgendwie hin Ich freue mich wirklich total, wenn wir die ganzen Relikte machen müssen Weil ich habe ja nicht umsonst 100% in den Titel Also ich werde nicht umsonst 100% in den Titel schreiben Habe ich jetzt natürlich noch nicht, aber werde ich machen Wo geht es hier oben hin und warum muss ich da hin? Och ne Bring so ein fies Leben da Nein! Mach kein falsch, Junge, mach kein falsch So, wo geht es lang? Hier ist regulär Ich wette, das ist Abkürzung Die Frage ist, will ich es ausprobieren? So, wir probieren jetzt mal aus Und ich glaube, also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ich glaube, das ist Das wusste ich Und, alter, jetzt warte mal kurz Das können wir so nicht machen Okay, das können wir so doch schon machen Scheiße Ja, das Problem war am sein, dass im Hintergrund die Windows sidebar, ja Ich stelle die sonst immer aus, jetzt habe ich sie einmal vergessen Und schon nervt die so überkrass ab, ey Ich meine, die nervt die ja so krass ab Das ist Wahnsinn, wie die abnervt Die macht wirklich so flacker, 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 flacker Nein, 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 nein Alter, Schiebrowski War doch immer das, ich weiß nicht mehr, warum ich das gesagt habe, aber ich habe es gesagt, so Dann haben wir dich Der Kistenzerstörer Der Kistenpeiniger Crunch Das Frühstücksmüsli Für ganz harte Kerle Ah, das ist so, muss das jetzt sein Ach, das sind Non-Stop-Fässer, ja, leck mich doch Fässer, die so aus dem Nichts kommen, ins Nichts fallen, aber sie sind immer da Sag noch mal einer im Spiel, wer keine Logik bringt Also dann kann ich die Meinung mal richtig geigen Dass der doch gar keine Ahnung hätte Der alte Kack-Buhn Komm, wir stehen echt still, krass Nein, nein, ha, 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 ha Geh doch durch Wann ist eigentlich mal das Ziel da? Wir müssen doch eigentlich mal Das waren noch ganz viele Nitrogisten bisher Jetzt kann das Spiel auch mal irgendwo mal nett sein und sagen Ja, okay Das passt schon so Ich meine, du hast ja einen Job Alter, das gibt es ja nicht Glücksspasti Das war geplant Das war geplant Okay, war eigentlich nicht ganz geplant, unerwarteterweise Ihr werdet es nicht glauben, aber ich wollte gar nicht sterben Krass, oder? Stehe ich voll gar nicht eigentlich Komme ich nicht drauf klar Finklumpatsch Äh, warte Och ne, wieder so ein Geheimweg-Scheiße da Da, wenn ich speichere, dann Spack mir das total ab Das war Glück hoch 20 Wie viele Kisten gibt es hier und warum komme ich da nicht hin? Viele Wege auf einmal, Hilfe! Und flacker, 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 flacker Gut, hier gibt es nichts Dankeschön Ja, komm, ich ignoriere jetzt dieses Ding, das nervt mich auch so krass ab, ey, ist mir jetzt egal Sag mal einer, ich hätte nicht alle Kisten, dann hat er nämlich Unrecht Nein, nein, nicht auf die schiefe Bahn geraten Ha, 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 ha Witzig, 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 okay Stressomanie Ich kann mich ganz ehrlich gesagt nicht mehr an diese Level erinnern Also ich muss ehrlich sagen, weiß ich, ich weiß nicht mehr was hier Ich weiß echt nicht mehr Also wie es aussieht, wollte ich das Wohl auch nicht wissen Alter Nimm nochmal bitte den Fernseher mit Sag Ich freu mich schon, ich hab Warum wollte ich eigentlich nochmal aufnehmen? Musste das denn sein? Oh, Blindschirm? Okay An dich kommen wir auch noch ganz problemlos ran Nein! Nein, scheiße Komme ich da auch noch irgendwie anders ran? Nach da oben Ach, fuck Muss ich nochmal machen Ja, das Problem war Und ich glaub das war auch irgendwie ersichtlich Dass das das Problem war Ähm Dass ich eigentlich da oben hätte ran gemusst Und da bin ich nicht mehr hingekommen nämlich Weil ich eben diese eine Kiste zerstörte Alter, ich hab mich doch gedreht Was willst du eigentlich von mir? Opferspiele Zack TNT Okay Bin ich wirklich so schlecht? Oder tu ich gerade mal so? Ich mein, es ist In gewissem Maße auch beunruhigend Was ich hier gerade hinlege Und hier kann ich keinen Megadreher machen Das auch macht Sinn 1 Du Neben So, jetzt einmal nicht zerstören Zack Ja, 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 ja Danke, 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 danke Ich hab, ich hab's gewusst Also ich hab's, ne, nicht gewusst Aber ich war mir relativ sicher, dass genau das passieren wird Und trotzdem ist es passiert Das ist krass, ne? Nein, 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 nein. So. Jetzt haben wir euch. Opfer, Kinder da. Hier haben wir alles gecleared. Hier sind wir mal verbrannt. Wir haben mit dem Feuer gespielt. Ach, Mann. Ich bin gewohnt von Crash Bandicoot 2, dass man, wenn man auf die Kisten geht, dass man da so, dass es so ein einmaliger Sprung ist, praktisch. Äh, was? Ich will es nicht wissen. Das ist ein einmaliger Sprung, ist praktisch. Meine Güte. Ist das denn so schwer? Zack. Zack. Und Zack. Ich... Das gibt's... Ich bin gerade so unkonzentriert. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Spielvergewaltigung. In gewissem Maße. Oder Erlebensvergewaltigung meinerseits. So. Zack. Und hoch. Eins. Zwei. Ich hab mich doch gedreht. Hallo? Was soll denn das jetzt? Aber jetzt wird's langsam echt unkoral. Ich... Alter, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht mehr witzig, was die da abziehen. Ich vergeige mein Leben an einem Scheiß... An dem einfachsten Dings der Welt hier. Ist ja peinlich. Schon wieder. Aber ich lass mich jetzt nicht mehr lumpen. So. Dann nehmen wir die mit. Zack. Ihr seid weg. Ihr seid weg. Ihr seid weg. Dann kommen wir ins Bonuslevel. Sollte mal langsam auftauchen. Ähm... Ja, sehr gut. Ist mir jetzt egal. Das kacke ich jetzt so dermaßen drauf. Ist ja übertrieben schon wieder. Stirb. Stirb, 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 stirb. Nein. Ich hatte es. Ich hatte es fast. Ist mir jetzt auch... Ich will jetzt gerade echt nur irgendwie durchkommen. Weil mehr zu mehr reicht es jetzt auch nicht. Viel zu weit unten. Viel zu weit unten. Selbst schuld, wenn man so scheiße spielt. Das war... Eigentlich hätte es mich da erwischen müssen. Aber gut. Stirb, stirb. Ah, Mann. Zack. Zum Glück haben die Druck. Ich krieg es mir nicht so eine Mega-Reichweite wie in einem normalen... normalen Verspendecode. Wenn ich... Jetzt reicht es. Und hallo, Safe-State. Ich lasse mich doch jetzt hier nicht verarschen, oder was? Verarschen, oder was? Ist mir auch scheißegal, dass sich Side-By jetzt abschmiert. Kacke ich so dermaßen übel drauf. Kiste habe ich verpasst. Klasse. Vollidiot. Du bist tot. Nein, natürlich bist du nicht tot. Es ist doch zu einfach gewesen, nicht einfach abzuschießen. Zack. Du. Du bist weg. Dich habe ich. Dich habe ich. Dich habe ich. Nitro. Nitro. Ich hab's. Ich weiß, was ich falsch mache. Und ich weiß, wie ich es richtig machen kann. Okay, das war jetzt... Ziemlich dumm, aber gut. Ich hätte eigentlich... So war das gedacht. Also erst den da unten. Und dann... Dann... Das wird sowieso nichts. Also komm schon. Es ist ja jetzt nicht mehr feierlich, was ich hier hinlege. Bitte. So, zack, zack. Zack, zack. Eins. Dich. Runter. Souveränität kehrt langsam ein. Und sie ist langsam wieder weg. Auch schon. Allein dadurch, dass ich das gesagt habe hier. Stirb. Stirb. Kiste. Tschüss. Ist mir jetzt egal. Speichern. Danke. Und ich habe nicht gesehen. Da geht es noch runter, ihr alten Opferkinder. Alten Opferkinder. Hier unten speichern, wäre vielleicht ein bisschen schlauer, glaube ich. Bisschen auch nur. Bisschen auch nur. Warum kann ich so Opionen nicht mehr wegdrehen auf einmal? Das ist doch ein Witz, was hier. Bitte, danke schön. Meine Güte. So, du weg. Du weg. Grün. Und... Nein. Vielleicht warten, bis der Teppich da ist. Das ist auch eine schöne Weisheit fürs Möbelhaus. Konfuzius sagt, nicht gehen, bevor der Teppich geliefert wurde. Das war vielleicht ein Möbel-Konfuzius. Das war so eine abgespeckte Version. Geht nach oben. Meine Schergen. Warum auch immer ich euch Schergen nenne, weil ich es kann. Ha. Jetzt will ich nämlich... Ich will es nämlich wissen. Ist da noch was oder ist es eigentlich total für den Arsch? Ha 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 ha. Mein Freund. Freunde. Immerhin ist da noch was. Das muss man auch mal positiv sehen. Immerhin. Ach Gott. Das ist so. Fasse ist. Fasse ist. Fick dich. Wie soll ich da... Wie soll ich das bitte machen, ohne... ...zu zeigen, dass ich kein Skill habe? Oh, du hast mir das gefeiert? Ich bin ein. Ich bin ein.